auch einer meiner lieblingsartikel ist diese diese base diese grundschiene für einen fingerring unter der artikelnummer 12 976 im online shop bastelposten.de bestellbar das ist eine finger schiene natürlich verstellbar damit sie für alle möglichen damenfingerring größen passen standard ist im durchmesser 16,5 beziehungsweise 17 mm innen gemessen hat jetzt hier oben drauf eine gelötete platte die ist 8 mm im durchmesser und auf die könnt ihr weil sie wunderschön plan ist und schön mittig sitzt einen ganz tollen klebestein aufbringen also einen cabotant der hinten flach ist und vorne gewölbt ist einfach nur aufkleben und schon habt ihr euren ganz individuellen fingerring erstellt ja schaut vorbei in unserem online shop bastelposten.de bestellt diesen wunderschönen artikel kleiner tipp nur noch lieferbar solange der vorrat reicht